Der neue Redifikator Thank you, Pack Manager Privilegien Pack Vielen Dank fürs Spielen, in deinem Kleiderschrank steht jetzt neue Kleidung zur Verfügung Oberbefehlshaber Pack Das war's bei mir schon mit dem neuen Pack Volition Pack, Red Roots Pack Presidential Pack Dubstep Gun Remix Pack Getthes Pack Gunslinger Pack Enter the Dominatrix Pack Und das war's Pfff Oh, schon viel, ey Shit! Falsche Taste Hast du die Simulation verlassen gemacht? Ja Oh Yolo Dann wieder rein Na gut, wir können ja auch dann irgendwann mal, ne? Dargucken, was da abgeht Wo? Auf dem Schiff Nix Nix, doch, das ist gelogen Nein, nein, ich will jetzt einmal eben anpassen So, Waffen R, Kleiderschrank Was haben wir denn in unserem Kleiderschrank? Kopf Hüte Keine Apokalyptische Brille Ist ja eine Riddick-Brille Aber nö, dann hab ich meine geilen Haare nicht mehr Und das geht nicht Ja, das Problem kann ich auch Mit deinen Haaren, ja, ist natürlich scheiße Ja Ich versteh, was du mängst Was? Alles, was ich bekommen hab Ist dieses lausige T-Shirt Aha Ja, nee Boah, ich hab die geilste Kleidung, die es gibt Alles Tanktop, ich behalte das mal Schabbar nicht so viel Wie der Freak, der sich alles kauft Der Freak Du, 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 du Ausempfindliche cool, die Sachen Barry O. Musk Anzüge, was gibt's denn hier so Doppel-Null-Doppel-Null-Smoking, okay Der passt doch zu dir Pops Was ist denn du denn? Ich hab das geilste Outfit ever Nein, das hab ich Das passt Vielleicht hast du das gleiche, wer weiß Welches? Das passt aber super zu meinen Haaren Welches? Ich steh schon draußen Ja, du hast Wer ist das denn? Das sag ich dir nicht Aber du hast auch Nee, du hast es ein bisschen anders Du hast ein anderes Du siehst mich schon Ja, ja Ich hole mal eben mein Flugzeug Man kann doch nicht mit den Banden auch irgendwas So, guck Nein, wo ist meine Kleidung? Alter, was das denn für ein Teil, ey Meine Kleidung Meine Kleidung So 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 Wandenanpassung kann man hier schon irgendwas machen Guck mich an Warte, 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 warte Warte jetzt, ich muss hier erstmal wieder raus Wo bist du denn? Alter, da bist du Ja, Mensch, der Wunder Hübsch, aber guck mal mich an Hallo? Wie macht man denn diese Moves? Wie tanzt man denn so schön rum? Der Tanz passt einfach so perfekt zur Kleidung Wie macht man denn diese Tänze? Äh, X und C Oh nein Oh nein X Shit Aua Hm, ich mach halt das jetzt an So, warte, jetzt muss ich nicht mehr Komm her, ich zeig dir mal was Oh, was ist das denn? Top Step Gun Nur, äh, classic Remix-Version Okay Ah, schön, das war auch so ein Pack, ne Dass du da So, dann hab ich hier noch eine geile Waffe Komm her Nein, ach, jetzt hab ich mich verdrückt, verdammt Warte, ich komm mir eh gleich schon mal raus Ja, ne, Moment, ich muss das an den Bullen machen So, Simulation, treten Komm her, komm her Ich bin unterwegs Das ist die geilste Nahkammer beim Spiel Okay, bist du da? Warte, 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 warte Mach mal hin, ich hab auch nicht mein Leben lang Leben Was nicht dein Leben lang Leben, das ist doch scheiße So, da bin ich Komm her Ja Guck mal, nein, 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 nein Ach, ja, ja, diesen, diesen komischen Penetrator da, ne Ja, ja, also jetzt komm her Zeig dir mal was tolles Ja, warte, ich will mir auch noch mal kurz was gucken bei den Waffen Ich will dir doch mal eben die Penetrator zeigen Ja, aber immer mit der Ruhe Ja, nee Ja, doch, ey Oh, kurz gucken Ich glaube, ich hab die nicht Ich bin traurig Das macht mich ja so traurig Hm Passt die Musik geradezu Makes me really sad So Kann ich jetzt Dann für ne Furzkanone Haha Ja, komm mal her Also Du siehst diesen Polizisten Ja Ja, dass du auf so was stehst war mir irgendwie klar Alter, guck mich an Ganz ehrlich Guck mich an, guck mal wie ich tanze Also ich kann jetzt aber, ich kann auch tanzen Huuuui Na komm, ich mach Ich tanze charakel Tanze, meine Leute Tanze Ich tanze schon Ja, ich tanze schon Ja, ich tanze schon Wuuu Geh weg, du Auto So Äh, ja, sonst hab ich noch Einen Scheiß, ey Die Moment Das warst du Hahaha Haha Haha Hui, ich hoffe das im Kopf Ach so Haha Wenn man da reingeht, wird einem schlecht, okay Hahaha Alter, was ist mit ihm passiert? Achso, der wurde grad so... So, wollen wir weitermachen? Ja. Ich hole mir eben mal meinen Fahrzeug, würde ich sagen. Upsa. So, ein bisschen schneller unterwegs. Bäm! Ich hole uns mal ein Auto, ne, wie bescheides. Wollen wir eigentlich als nächstes machen? Ja, keine Ahnung, ne. So, bin da. Kannst kommen. Was ist denn eine hübsche Karre hier? Ja, Texas Tea. Oh, mit dem Flamenco. So, wir können eine Wahlkampfkampagne des Zerstörungen machen. Dann kriegen wir die Dabstrip-Kanone. Du kannst auch einfach gegen ein Haus fahren, ja. Das kann ich natürlich auch. Geht auch. Mir ist das egal, was wir jetzt machen. Ja, mir ist das auch egal. Ja, super. Warte mal, kurz hier auf Karte. Auf Karte? Hier ist nochmal so ein Vandalismus. Ja, wir könnten... Virus-Injektion. Wir könnten hier zuerst so eine, äh... Ja, hier so eine... Genau, so eine Injektion hier machen. Okay. Dann können wir uns das Gebäude hier verdienen und dann ein bisschen Geld mehr verdienen. Okay. Ich meine, wir haben jetzt beide relativ gute Waffen, würde ich sagen. Was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Ah ja, die Health Angels kommen, um uns zu töten. Was? Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, ich würde sagen, das ist ein Fall für die... Das, der kann nur eine Remix-Version. Ah, finde ich ein Blöd, wir haben... Ich hab die nicht... Ach, mir Strauch. Oh. Ich mache einfach alles so kaputt. Stirb. Aber ich werde geschlagen hier von so einer Ollen. Sönger. Du wolltest nicht gut, was sollen sie denn machen? Die streicheln oder was? Ja, das wäre doch mal eine Alternative. Oh, hä? Ne, dein Begleiter wieder. So, erstmal alle. Ach, am besten nehmen wir die Musum auf die Zuwände. Ist doch das Geiste hier. Scheiß auf Waffen. Du wirst verprügelt. Danke schön, dass du mich verteidigst. Wo bin ich? Oh. Manchmal. Zaun gelaufen. Immer. Du siehst es nur nie. Ich will es nicht sehen. Ja, das ist auch ein Grund. Oh. Oh. Ach, wir müssen noch ein paar Tüten. Wo sind sie denn hier? Ab und her. Bist du eine von denen? Ne, du rennst irgendwie weg. Da ist noch eine. Vor allem bist du eine von denen. Ja, das war eine Olle. Soll ich einen sagen, oder wie? Oh, wir schaffen... Bin ich wirklich so scharf als Frau? Ja. Oh, mein Texas Tee lebt sogar. Ach guck mal, die brennen hier alle. Ist ja süß. Hallo. So, das war dich, ne? Warte mal, ich komme kurz zu dir. Dann können wir mal das nächste aussuchen. Ähm, 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 ähm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das denn? Die explodiert alles. Äh, du sitzt fast. Alter, der kann... Der kann ein Kamehameha. Und so ist die Katze auch? Ja. Okay. Was ist das für eine Katze? Das ist Genki. Hilft die uns? Nein. Würde sie uns nicht angreifen. Die greift uns an? Ja. Ja. Warum macht ihr sowas? Der Genki böse ist. Ich finde sowas nicht in Ordnung. Sag mir nicht, du kennst nicht Genki. Ich kenn den Kopf, ja. Ist das mal ein Kotchen von Saints Row? Dammit, ist mir doch scheißegal. Zum Stern. Oh. Es will mich hart penetrieren. Mitm Auto. Ja. Was meinst, was da alles reinpasst, ey? Dankeschön. Bitteschön. So. Wie war das, man... 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 Man stiebt. Du eine Drecksauro. So. Ich würde sagen... Wir machen als nächstes irgendwas anderes. Na, was sinnvoll? Was produktives? Den... Den... Den Reparatur-Dingster da auch von holen. Den Reparatur-Dingster. Oder den Waffenladen. Na, dann holen wir uns mal den Reparatur-Dingster Waffenladen. Öl. Leck mich. Leck mich. Deine Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter. Ne, deine Mutter. Hacken. So, ich mach einfach mal den Laden auf hier. Nix hacken. Nix hacken. Tchuuu. Oh, ich gib schon hier einen Eiswolf. Cool. Oh scheiße, jetzt bin ich im Auto drin. Boah, das ist ein geiles Outfit. Was machst du noch drin schon wieder? Geil, wie der Typ da drin im Auto rumhinkt. Los, cool. Ja, dankeschön. Ja, du bist doch gegen mich gefahren, hallo? Jetzt hab ich mit dir einen Platz! Ja, jetzt ist dein Schuld. Ich bin weg. So fahren wir eigentlich Auto. Ach, ich hab auch keine Ahnung. So, wir steigen mal wieder aus hier. Was machen wir als nächstes? Ja, ich hab keine Ahnung. Wie gesagt, wir verdienen uns jetzt die Dubstep-Kanone. Was? Wir verdienen uns die Dubstep-Kanone? Ja, oder wir machen halt ne Hauptmission weiter. Wuhuuu! Oh, ich will die Dubstep-Kanone auch haben. Okay. Dann müssen wir nochmal zurück zum Schiff. Okay. Da kann man die gewinnen. Äh, da können wir die Freischalten... Äh, ja, da können wir ne Mission führen. Wo ist denn das Schiff überhaupt? Ach, da. Du bist hingefallen. Was hab ich doch gehört. Ja, 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 ja. Du hörst wieder Dinge. Ja. Ich höre viele Dinge. Das sind deine Halluf. Das kann auch sein. So. Ich würde nur sagen, wir reden hier auch mal mit allen, ne? Hier ist gar keiner. Hier ist einer. Hallo. Wo? Wo ist denn hier? Siehst du das Gespräch nicht? Ne. Hm. Ah, ja, gut. Steht ihr da nur rum? Ja, warte, ich flirt mal mit ihm. Du Drexler. Treffte ich mit Keith auf dem Schäfer. Wir enden das Rennen. Und wir müssen wieder... Nö, ich geh noch nicht zurück. Ich will erst noch ein bisschen hier... ...mich umschauen. Oh. Oh. Nein, nein. I'm sorry, I'm sorry. Jetzt hätte ich fast die Verbindung abgebrochen hier. Ja. Wo sind die anderen? Hier gibt's doch noch mehr. Warte mal, ist hier noch eine? Ne, die ist hier hinten. Die Kinsey ist hier hinten. Der Kinsey, aber bei mir steht hier auch gar keiner. Echt nicht? Nö. Da müsste Keith bei dir stehen. Nö. Ja, aber Kinsey ist hier bei mir auch nicht. Er ist hier bei mir. Er muss dann sein nachher die Orte. Du bist weg. Ich rede da. Ich flirte auch mal mit ihm. Ach, seltsam. Pappalapapp. Super, wenn sowas unser Schiff liegt, kann da nichts passieren. Geile Gummipupp. Ich hab seine Freundin gefunden. Danke schön. So, wo ist denn die Kinsey? So, ich geh schon mal zurück, ne? Ja, ja, mach mal. Ich such die noch. Wo ist die denn? Hallo. Hallo. Ach, da ist er. Don't worry. I'm certain I can fix this up to suit our needs. I just need some time. Hey Kinsey, you wanna fuck? Let's go. Auch geil. Ey, willst du Vögel? Na, das gefällt dir wieder, ne? Jawohl. Das ist richtig erorisch. Erorisch? Na, dann komm ich auch mal wieder zurück. Ja, ich bin hier schon wieder fett im Business. Im Simulation. Das war's schon. Wir sollten nur einmal kurz zurück und jetzt irgendwas machen, oder wie? Ja, ich weiß nicht. Also, normalerweise könnte man da... Oh Gott, das ist Bane. Hier ist so ne Monster-Bestie! Oh mein Gott. Bestie! Ne Bestie! Töte sie! Ich seh keine Monster-Bestie. Oh mein Gott. Jesus Christ. Was heißt? Ja, das ist der heiß, was uns Jahre runterfliegst. Wir müssen sie töten! Komm, ich belebe mal einen unserer Begleiter wieder, warum nicht? Wo isch er denn? Da oben, er hängt fest. Wo isch er denn? Da isch er ja! Hallöchen mein Freund, hallöchen. Ist auch was. Jetzt bleibe doch mal bitte stehen. Wir müssen das Schild erstmal... Schild, pappalapap! Wann denn Schild? Kriegt ordentlich auf die Fresse! Oh Mann, ey. Nervig, oder? Wo is' er? Der ist von uns. Jetzt seh' ich ihn auch. Wo verdammt. Da is' er. Boah, er stirbt doch irgendwann mal. Bestimmt. Los. Du, das Kackviele, jetzt spring nicht weg. Kriegst du keine Ahmessen? Oh Gott! Ah ja. Nächstes Mal muss ich das machen. Ja, tut mir leid. Ich dachte, wir händen dann beide... Nee, nee, das hat dann nur noch einer. Gelöscht. Seh' ich nicht schon aus. Da war ii du, ne? Du geh' mir immer offen sein. Ja, genau. Der stört mich jetzt! Das nennt die Cybermobbing. Das nennt die Cybermobbing. O. Töte ich nicht weiter, aber. Wunderbar. So. Wunderbar. So, wollen wir mal. So, mal mit mir eben mal gucken. Wunderbar. Mal mit den Kräften. Du, also wem den Ficht. Also, ich stelle mich dafür mal aufs Dach, weil da passiert mir, glaube ich, dann weniger. bilde ich mir zumindest ein. Deswegen tue ich das nämlich. Ich habe nur 24. Wandlauf. Oh, ich kaufe den Wandlauf so. Ich habe immer noch 9, also von daher. Aber bringt der auch nicht. 33.000. Spannupraids machen. Genau. Echt? Schon mal auch so gedacht, sondern was anders. Okay. Fahrzeuge gibt es nicht. Bandenfähigkeiten brauchen die Fähigkeiten. Wir sind auch übrigens sehr, sehr produktiv für den Spiel. Warum? Folgen aufgefallen. Ja. Weil wir so viel gemacht haben. Total. In drei Folgen. Total. Bonus EP, das Kaufspiel. Juh, 5% mehr, das lohnt sich ja richtig.